Ups. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der durch eigenes Verschulden seine Identität verliert. Was sind die? Das kann doch überhaupt nicht sein. Eine Verabredung, eine List und ein Verbrechen. Sind der Auslöser für ein Verwirrspiel um sein oder nicht sein? Ich muss herausfinden, was da los ist. Dreister Plan. Ich bin Richard Rote. Max Herbrechter. Weißt du, wie das ist? Sissi Höfferer. Betrauten zu werden. Beate Maes. Schätzchen. Nele Müller-Stöfen. Michael Holz. Das ist interessant. Gottfried Breitfuß. In Roschade. Ich sag Ihnen die Wahrheit. Jetzt sofort. Schluss aus. Schluss mit diesem Versteckspiel. Demnächst im Kino. Ich sag Ihnen was. Vielen Dank.